Thema dieses Films ist die Wettbewerbspolitik. An einer Börse gibt es viele Anbieter und Nachfrager, die nach dem ökonomischen Prinzip handeln. Die gehandelten Güter sind homogen und es herrscht Transparenz. Im Idealfall kommt der Handel hier, dem Leitbild eines vollkommenen Markts, mit einem vollständigen Wettbewerb, schon recht nahe. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Die Inhalte Untertitelung des ZDF, 2020